Weihnachten rückt in großen Schritten näher und die Anfrage nach Wildbrett steigt. Das nutzen auch die Discounter aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DOZ News. Der Discounter Netto bietet vor dem Fest ein ungewöhnliches Angebot an. Zebrastix aus Südafrika. Dies brachte die üblichen Verdächtigen im Netz auf die Palme. Doch selbst der WWF kann nichts Verwerfliches beim Konsum von Zebra erkennen. Die Tiere sind im südlichen Afrika nicht bedroht. Die Bild-Zeitung meldete sich im DJV-Büro in Berlin zum Geschmackstest an. Es gab Steaks vom Zebra und vom Reh aus deutschen Landen. Klarer Sieger, das Reh aus dem Umland von Berlin. Vergangene Woche frischte eine Bache mitten in Tübingen. Der Kessel befinde sich zwischen Kotterweg und Otto-Erbeweg. Die Stadt informierte die Anwohner darüber, das Gebiet und ihre Gärten weitestgehend zu meiden, bis die Bache mit ihren Frischlingen hoffentlich wieder in den Wald zurückkehrt. Zeitgleich zur Jagd und Hund in Dortmund öffnet das Wildfood-Festival erstmalig seine Messetore. Feinschmecker können an diversen Ständen nach Herzenslust Wildspezialitäten kosten, das geeignete Zubehör und Equipment erwerben und sich bei Kochvorführungen von Experten inspirieren lassen. Auch der bekannte Fernsehkoch und Liebhaber der Wildküche, Johann Lafer, lässt sich das Wildfood-Festival nicht entgehen. Der Starkoch wird im Workshop Edles vom Wild in die Kunst der Wildbrit-Zubereitung einführen. In Rheinland-Pfalz soll das dort auftretende chinesische Mundjagd der Wildbahn entnommen werden. Das sieht eine Verfügung des Mainzer Umweltministeriums vor, das die sofortige Beseitigung in neun Landkreisen und zwei Städten anordnet. Jagdausübungsberechtigte sind befugt, sich durch Abschuss getötete Tiere anzueignen. Die ursprüngliche Heimat der kleinen Hirschart ist China. Die EU hat sie zur invasiven Tierart erklärt. Die Polizei Sondra ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Grund ist ein tot aufgefundenes Stück Rehwild. Das Reh wurde vergangene Woche im Bereich der Schutzhütte der Gemarkung Holstein in Hessen aufgefunden. Am Lauf hatte es eine laut Polizeimeldung etwa zwei Wochen alte Schusswunde. Da in diesem Zeitraum keine Jagd stattgefunden habe, wurde Strafanzeige erstattet. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen sieben Tage. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil!